Übte Katasana mit den Einen. Aus auf den Händen vor den Herzen und drehe nach rechts. Linke Ellenbogen auf die Außenseite des Knie. Ein, ab und hieb deine linke Fersen zu dem Po und nimm einen ganz langen, großen Schritt nach hinten. Rutsch vielleicht mit dem Fuß noch ein kleines Stück weiter und dann verhakt mit der linken Hand auf die Außenseite. Lass die linke Hand so gut wie möglich Richtung Boden zu kommen und dann öffne durch den Fingerspitz nach oben. Zwei tiefe Atmenzüge. Und sobald wir kommen in diese Drei-Position, ist es sehr schwer oder schwerer zu atmen. So kannst du jetzt ein richtig tiefes Einatmen. Das Gefühl, die ganzen Lungen zu fühlen, Platz zu schaffen. Einatmen, Kreis, die Hände nach hinten. Öffnen, Kriegeswein. Borgst tief durch den vorderen Knie, mach alle kleinen Änderungen, was du brauchst. Peaceful Warrior. Und dann aus, wir kommen nach vorne. Wir kommen jetzt in unsere gebundene Variation von Paspo Konasana. Ja genau. Wenn es in deine Praxis ist, dann gerne direkt da hinein. Sehr schön. Ah, perfekt. Und dann lass dich her vor den Knie, um zu beugen.